Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Marianne Schieder von der SPD. Sie ist die Chefin der Bayerischen Bundestagsabgeordneten und außerdem auch Kommunalpolitikerin, nämlich Kreisrätin in Schwandorf. Guten Abend, Frau Schieder. Bevor wir loslegen mit dem Interview, bringe ich uns alle, Sie und mich und natürlich auch das Publikum, mal auf den Stand, weil die Pressekonferenz immer noch nicht begonnen hat, aber die Nachrichtenagentur AFP schon was gehört hat, nämlich Bund und Länder haben sich bei diesem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt. Der Bund stellt den Ländern dieses Jahr nun eine Milliarde Euro zusätzlich für die Flüchtlinge bereit. Wie AFP erfahren hat, im November soll entschieden werden, ob weitere Mittel nötig sind. Das heißt, eine Milliarde mehr dieses Jahr, aber wie es dann weitergeht, ist offen. Frage an Sie, Frau Schieder. Die Länder wollten eigentlich eine verlässliche, dauerhafte Unterstützung. Das gibt es jetzt nicht nach diesem Gipfel. Ja, aber es gibt immerhin eine Einigung und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil das Geld natürlich auch eine entscheidende Rolle spielt, bei dem was gemacht werden kann und getan werden kann. Und wenn vereinbart ist, dass im November dann noch einmal geprüft wird, ob noch einmal finanzielle Mittel des Bundes notwendig sind, dann ist das doch schon eine ganz gute Perspektive, glaube ich. Denn es ist ja auch vieles nicht einzuschätzen. Wir wissen nicht, wann der Krieg zu Ende geht. Wir wissen nicht, ob es neue Flüchtlinge aus der Ukraine geben wird und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt mal sehr froh, dass es eine Einigung gibt und dass die Diskussion damit auch ein Stück weit hoffentlich beendet ist. Die Ministerpräsidenten haben ja einhellig, auch die Sozialdemokratischen, ein atmendes System gefordert, der niedersächsische Ministerpräsident. Weil SPD hat gesagt, das wäre das Richtige. Wir brauchen gar nicht unbedingt einen festen Betrag, sondern einen Betrag an Geld, der sich eben erhöht, wenn es mehr Flüchtlinge sind, umso weniger Geld, je weniger Flüchtlinge. Das wäre ja auch ziemlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Wir wissen nicht, wie viele Flüchtlinge kommen. Warum ist der Bund für so eine flexible Lösung nicht bereit, die den Ländern und damit auch den Kommunen ein bisschen mehr Sicherheit gäbe? Naja, also der Bund ist ja nicht untätig gewesen und hat auch wirklich schon viel investiert. Wirklich viel investiert. Aber es ist auch normal, wenn es um Geld geht, wenn verschiedene staatliche Ebenen für eine Aufgabe zuständig sind, dass man natürlich da um Geld streitert und dass alle versuchen, da das Beste für sich rauszuholen. Und vielleicht ist das jetzt nicht das atmende System, das Stefan Weil beschrieben hat. Aber es ist ja doch ein Weg dahin. Also wir haben jetzt Mai und wenn es für dieses Jahr eine Milliarde mehr gibt und im November noch einmal darüber beraten wird, dann gibt es doch auch schon eine gewisse Perspektive für die Länder und für die Kommunen. Ich erwarte aber auch natürlich, dass die Länder dieses Geld auch weitergeben an die Kommunen und zwar zügig weitergeben, weil da gibt es ja bisweilen auch das eine oder andere, wo man sich fragen kann, warum geht denn das nicht schneller? Weil da verstehe ich dann auch, dass die Kommunen das Gefühl haben, sie werden da abgehängt, obwohl der Bund eigentlich das Geld zur Verfügung gestellt hätte, an die Länder übergeben hat, aber die Länder eben nicht, wie gesagt, zeitnah das Ganze auch weitergegeben haben. Frau Schiller, ich will nochmal nachhaken bei dieser Verlässlichkeit. Nur für die nächsten Monate haben wir jetzt eine Lösung. Übertreiben die Kommunen mit ihren Klagen und mit ihren Sorgen und mit ihren Bitten um mehr Geld? Sie sind ja auch, wie ich es gesagt habe, Kommunalpolitikerin. Jammern die Bürgermeister einfach zu viel? Also ich verstehe die Bürgermeister und ich habe auch, und die Landräte und ich kenne natürlich auch die Situation vor Ort. Und wie gesagt, ich sage noch einmal, es ist auch normal, dass gerungen wird und gestritten wird und dass alle versuchen auch, ihr Bestmögliches zu erreichen. Und dafür sind solche Gipfel da. Und mich freut es, wenn sich jetzt eine Einigung ergeben hat. Und ich hoffe, dass damit alle leben können. Ein Thema dieses Flüchtlingsgipfels sollte ja auch sein, wir wissen es noch nicht, ob es tatsächlich so kam, dass der Bund sich jetzt, die Bundesregierung bemühen muss, um Vorprüfungen von Asylbewerbern schon an den europäischen Außengrenzen. Was tippen Sie, Frau Schieder? Wann kommen diese Kontrollen an den Außengrenzen, damit die Asylbewerber gar nicht erst, die gar keinen Anspruch auf Asyl haben, gar nicht erst bis Deutschland kommen? Ja, diese Methoden werden ja schon sehr, sehr lange diskutiert und es ist bislang halt einfach keine zufriedenstellende Lösung gefunden worden. Also möchte ich dazu keine Prognose abgeben, weil ich glaube, dass es wieder nicht so einfach sein wird, so ein System schnell, effizient und auch nachhaltig aufzubauen. Wobei das, was Sie sagen, eben auch nicht gerade die Verlässlichkeit, die die Kommunen einfordern, irgendwie gewährleistet. Ja, aber der Bund kann halt auch nicht hexen. Wir stehen da genauso wie die Kommunen und die Länder auch in einer gewissen Unsicherheit und können auch nur schwer voraussagen, wie sich die Lage genau entwickeln wird. Und ich meine, all diese europäischen Lösungen, auch ein gemeinsames europäisches Vorgehen, das ist alles wünschenswert und wird seit langer Zeit diskutiert. Aber es ist halt in der Umsetzung ziemlich schwer. Der Bund kann nicht hexen, dann müssen es die Kommunen weiter tun. Vielen Dank, Marianne Schieder und Grüße nach Berlin. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020